Der Leoparden Jaspis und seine Wirkung Hallo mein liebes Kristallwesen! Heute dreht sich alles um den Leoparden Jaspis, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem faszinierenden Edelstein. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Der Leoparden Jaspis, auch als Leoparden Fell Jaspis oder Leoparden Stein bekannt, ist ein bemerkenswerter Edelstein, der durch seine charakteristischen Muster aus schwarzen, grauen und braunen Flecken auf einem hellen Hintergrund auffällt. Diese Farbgebung erinnert an das Fell eines Leoparden, daher der Name. Der Stein gehört zur Familie der Quarze und ist eine Varietät des Mikrochristallinen Calzedons. Leoparden Jaspis ist in verschiedenen Regionen der Welt zu finden, darunter Brasilien, Südafrika, Mexiko und Australien. Der Stein ist bekannt für seine schützenden und stabilisierenden Eigenschaften und wird häufig in der Kristallheilkunde eingesetzt. Seine Mooshärte beträgt 6,5 bis 7 auf der Härteskala, was bedeutet, dass er relativ widerstandsfähig gegen Kratzer ist, aber dennoch mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Wirkung von Leoparden Jaspis auf die Psyche Leoparden Jaspis wirkt positiv auf das emotionale Gleichgewicht, indem er dabei hilft, Ängste und Sorgen abzubauen. Er fördert innere Stärke, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen und unterstützt die Fähigkeit, schwierige Situationen und Herausforderungen zu meistern. Der Stein hilft dabei, negative Energien und Gedanken abzuwehren und unterstützt bei der Verarbeitung von Trauer, Verlust und Enttäuschungen. Leoparden Jaspis stärkt die Verbindung zur Natur und fördert die Fähigkeit, mit Veränderungen und Transformationen umzugehen. Wirkung von Leoparden Jaspis auf den Körper Auf körperlicher Ebene kann Leoparden Jaspis die Selbstheilungskräfte stärken und das Immunsystem unterstützen. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Muskelkrämpfen, Verspannungen und allgemeinen Schmerzen. Leoparden Jaspis kann auch Stressabbau fördern und dazu beitragen, Schlafstörungen und nächtliche Unruhe zu reduzieren. Darüber hinaus kann der Stein die Regeneration von Haut, Haaren und Nägeln unterstützen, Entzündungen lindern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Bevor wir zur Anwendung kommen, schau doch auch gerne nach dem Video unten in die Infobox, da habe ich weitere nützliche Informationen für Dich und einen ausführlichen Steckbrief zum Leoparden Jaspis verfasst. Lass uns weitermachen! Die Anwendung von Leoparden Jaspis Leoparden Jaspis kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um seine schützenden und stärkenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man Leoparden Jaspis auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern. Edelsteinwasser mit Leoparden Jaspis kann hergestellt werden, indem man den Stein für einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser legt. Dieses Wasser kann dann getrunken oder zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Bei Meditationen kann der Leoparden Jaspis in der Hand gehalten oder auf das Wurzelschakra gelegt werden, um innere Stärke, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den Leoparden Jaspis In einigen Kulturen wird der Leoparden Jaspis als Stein der Schutz, Stärke und Sicherheit verehrt. Er soll seinen Trägern Schutz und Sicherheit bieten, negative Energien abwehren und sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Im alten Ägypten wurde der Leoparden Jaspis bei der Herstellung von Amuletten und Talismanen verwendet, die Schutz und Kraft symbolisierten. In der Antike glaubte man, dass der Stein dazu beitrug, die Fähigkeit zur Wahrheitsfindung und klaren Kommunikation zu stärken. Chakren und Sternzeichen des Leoparden Jaspis Der Leoparden Jaspis wird dem Wurzelschakra zugeordnet. Er unterstützt die Erdung und Stabilität, hilft emotionale Blockaden zu lösen und fördert die Fähigkeit, mit Veränderungen und Transformationen umzugehen. Durch seine Wirkung auf das Wurzelschakra kann Leoparden Jaspis auch die persönliche Kraft und Durchsetzungsvermögen stärken. Dem Leoparden Jaspis wird das Sternzeichen Skorpion zugeordnet, welches vom 23. Oktober bis 21. November stattfindet. Er unterstützt die leidenschaftlichen und entschlossenen Skorpione dabei, ihre emotionale Seite zu stärken, innere Harmonie zu finden und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Leoparden Jaspis Pflege, entladen, aufladen und reinigen Um die energetischen Eigenschaften des Leoparden Jaspis zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig, etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmen Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit Leoparden Jaspis können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen oder in einer Mischung aus Wasser und Meersalz entladen werden. Achte jedoch darauf, den Stein nicht zu lange im Salzwasser zu lassen, da dies seine Oberfläche beschädigen könnte. Zum Aufladen eignet sich Mondlicht, vorzugsweise bei Vollmond, oder alternativ kann der Leoparden Jaspis neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdruse platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der Leoparden Jaspis seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des Leoparden Jaspis kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel